Musik Da, Kohle. Eisen. Also jetzt wäre es echt schön, wenn wir Diamanten finden würden. Oh ja. Also hier ist dann die Schlucht. Ich buddel einfach mal hier. Oh ja. Ah, da. Also ich höre irgendwo ein Skelett. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Oh ja. 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 Also ich würde jetzt mal nach oben gehen und an dem Haus weitermachen. Okay. Soll ich dir noch irgendwas hier lassen? Ich hab neun Ton. Hast du alles, ja? Ja. Okay, hier ist irgendwo ein Zombie. Ist ganz schön laut. Egal. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Ja. Ähm, soll ich bald sehen? Müssen wir noch eine ganze Zeit machen. Um. Okay. 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 So, und dann das da mal. Einmal. Und hier noch einmal. Da brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So. 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 So, so. So, so. Das ist ja nacht, das ist ja doof. Und dann bleibe ich erstmal hier. Und dann kommt das da. Und das da. So, machen wir jetzt hier. Das ist ja echt blöd. Das passt nicht. Das ist ja auch nicht. Ähm, Moment mal. So war das da unten. Ein Einer. Damit geht es passen. Zwei. Und zwei Einer. Dann passt das wieder. Und da machen wir noch ein bisschen noch. Und da brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Das reicht. Aber die reichen mir nicht. Mist. Das Stein drücken. So. So. Das noch wieder fertig machen. So. 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 Erstmal. So. Jetzt habe ich keins mehr hier. ne ne ein bisschen noch weil dann könnte man nämlich dort auch noch da hab ich jetzt weiter das ist ja doch doch, Moment und die da hin und den Ofen packen wir dann hier unten hin so dann können wir halt gleich mal weiß rein ok das kann erstmal alles hier bleiben ok ok das kann erstmal alles hier bleiben ok das oh nein 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 ach man kann ja man sollte nachts nicht rausgehen ich glaube schon mal zwei die echt das ist ja wahnsinn das ist ja das ist ja richtig cool ist da ein bisschen was weg da muss ja ja in den Boden rein so wieder heilen wir versuchen in die Brennerei zu kommen rein lass mich da rein so in Sicherheit steine rein und und da mitnehmen und da mitnehmen und so eine Diamantenspitzsacke drin äh eine Diamantenspitzsacke hab ich brauchst du eine achso Obsidian ähm Obsidian brauch ich im Moment eigentlich nicht ähm es dürfte jetzt echt mal Tag werden ähm ähm blöd ist ich so hier fehlt jetzt auch was so hier fehlt jetzt auch was sogar noch einiges so wir gehen mal herunter okay 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 da hab ich noch da hab ich noch da hab ich noch hm hm das sollte dann eigentlich reichen das wird's mal Tag werden da hab ich noch mal ja ein paar Kisten das ist hier ist gerade ein Enderman vorbeigekommen beeigekommen Und ich finde deine Abschreibung nicht mehr. Das ist ja blöd. Ich komme mal zu dir. Guck mal, ob ich dich da irgendwie sehe. Also deine Plakette sehe ich schon mal. Oh, hier ist Lava. Ähm. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Doch da irgendwo. Da. Hier ist da noch der Ausgang. Oh, ich habe den Wassereimer jetzt gar nicht dabei. Ich brauche meine Augen. Brauche ich eigentlich gar nicht. Da ist der Ausgang. Okay. Da ist der Ausgang. Okay. Okay. Es ist immer noch nachts. Na ja, es ist Tag. Ich muss schon mal schirren. Irgendwo ein Creeper? Nein. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Ganze werden soll. Noch mehr Versuch. Noch mehr Versuch. Noch mehr Versuch. Noch mehr Versuch. Okay. So. So. Bist du schon wieder nach unten? Ja. Okay. Ich komm da jetzt auch mal hin. Und dann sollten wir auch bald die Aufnahme beenden. Ging aber schnell. Ja. Aber ist schon eine ganze Weile jetzt. Ich glaub eine Stunde haben wir schon. So. Ähm. Wo bist du hin? Ähm. Nähe vom Eingang. Ah ja. Ich seh dich. Da. Ja. Ich hab dich nicht gesehen. Oh Gott. Ich hatte hier schon mal angefangen. Zu buddeln. Hier hast du ja schon einen riesen Raum ausgehöhlt. Ja. Ja. Das ist immer viel. Ähm. Ähm. Sehr viele Sachen gehabt. Ja. Nicht schlecht. Ah. Ist ordentlich was abgebaut. Hm. Ich möchte jetzt auch einen Diamanten finden. Ja. 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 Wir sollten wirklich die Aufnahme beenden. Ja. Ja. Also ich kann nichts einsammeln. Meine Blöcke bauen sich wieder auf, die ich abgebaut hab. Nicht, dass der Server gleich wieder abschmiert. So. Jetzt steh ich schon wieder woanders. Also sollten wir beenden. Okay. Gut. Also ich dank dir, dass du da warst. Gerne. Und ich hoffe, du kommst wieder. Ja. Gut. Also. Dann. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.